Hallo YouTube und willkommen zu einem kurzen Technik-Faultier-Video. In den letzten Tagen haben sich immer wieder die gleichen Fragen gehäuft. Du Technik-Faultier, sag doch jetzt mal, wo ist der Unterschied zwischen dem iPhone XS und dem XS Max? Was merkst du wirklich? Ist die Akkulaufzeit vom Max wirklich so viel besser? Ist das Kleine wirklich so viel handlicher? Und habe ich irgendeinen Nutzen vom größeren Display vom Max? Gehe ich einfach mal mit euch die Punkte durch, die mir jetzt wirklich aufgefallen sind. Zur Einordnung. Der Großteil oder alles, was ich hier nicht erwähne, Empfang, Telefonqualität, was auch immer, das ist komplett gleich. Die haben beide die gleichen coolen Displays und solche Sachen. Ich gehe jetzt wirklich nur auf die Sachen ein, die mir im Alltag wirklich aufgefallen sind. Und ja, ich konnte das XS Max jetzt sogar noch mal ein paar Tage länger testen. Aber Nummer eins. Wir haben unterschiedliche Gerätegrößen. Kann ja jeder nachgucken. 5,8 Zoll, 6,5 Zoll. Und ja, das kleinere ist nach wie vor die bessere. Also wirklich, das passt so perfekt in die Hand und lässt sich so toll bedienen. Beim Max sind bei mir die Zeiten der Zweihandbedienung wieder zurück. Und vor allem auch die Zeiten der Nasenbedienung. Gerade wenn man damit im Bett liegt und nur eine Hand frei hat oder sowas. Es ist wieder wie früher, wenn man dann die normalen 4,7 Zoller und dann dem Plusgerät vergleicht. Das ist von der Bedienung genau so ist es. Wobei das XS doch noch mal eine bessere Akkulaufzeit hat. Nein, aber Akkulaufzeit als nächstes. Als nächstes. Guck mal hier. Ich habe mir natürlich ein Post-it gemacht. Gerade diese krummen Displayauflösungen. 2.436 mal 1.125. Wer soll sich sowas merken? Beim Großen dann 2.688 mal 1.242. So, bedeutet unterm Strich beide 458 ppi. Punkte pro Zoll. Merke ich da irgendeinen Unterschied bei der Helligkeit, Blickwinkeln, Farben? Nein, das sind super hervorragende Displays. Was ich aber sehr schade finde. Ich meine, wir haben hier einen Zollunterschied von 0,7 Zoll. Und das Max nimmt da, hat keine Vorteile. Ich habe nicht noch eine zusätzliche App-Reihe hier oder sowas. Genau gleich. Das Max hat auch leider nicht den Horizontal-Modus zurückbekommen, den wir ja beim Plus hatten. Finde ich auch äußerst schade. Hier und da gibt es einige Apps, die das unterstützen. Aber sehr schade. Also es ist eine vertane Chance. Und vor allem Apple verschwendet hier so viel Platz auf den Max. Es ist im Vergleich meiner Meinung nach nicht angepasst. Das Max sieht wie aus, ich will jetzt nicht sagen wie ein Rentner-Telefon. Aber wer weitsichtig ist. Und das wäre vielleicht was. Ich habe hier oft das Gefühl, ich bin hier irgendwie in der Zoom-Funktion oder die ist aktiviert. So, und was merkt man jetzt im Alltagseinsatz? Was weiß ich, soziale Netzwerke. Wir nehmen die gleichen Twitter-Dingern und ihr seht es beim Max. Klar, höhere Auflösung. Ich habe hier nochmal ein paar Zeilen mehr. Das sehe ich dann in unten. Aber so einen richtig krassen Unterschied? Nicht wirklich. Das Gleiche dann bei Webseiten. Ich kann hier, wenn man mal genau unten hinguckt, ein paar Wörter oder eigentlich fast zwei Sätze mehr lesen. Ja, gibt einen Pluspunkt ans Max. Aber hier wird trotzdem noch so viel Platz verschwendet oder auch bei Instagram oder sowas. Ich meine, da sieht man es auch nochmal, wie das bei Max kriege ich halt nochmal mehr drauf. Jedoch, das Max hätte noch viel mehr Potenzial, da vom User Interface oder von Apps Anpassungen zu bekommen. Wird es die meiner Meinung nach geben? Nein, es sei denn, Apple kriegt da den Hintern hoch. Aber gerade bei den Wechseln bei größeren iPhones, was weiß ich, früher von 3,5 auf 4 Zoll oder dann auf 4,7 Zoll oder als die Plusse eingeführt wurden. Da sah man bei den App-Entwicklern ruckzuck entweder zum Start schon wenige Apps, die angepasst waren oder in den ersten Tagen. Es kam irgendwer bei den ganzen Updates, war dann so angepasst auf das Display. Das fehlt dieses Jahr beim Max komplett und deswegen glaube ich nicht, dass da irgendetwas passiert. Und deswegen finde ich vom Display eine Enttäuschung. Da hätte ich deutlich mehr erwartet. So, und jetzt endlich zur Akkulaufzeit. Auch die musste ich mir rausschreiben. 2.658 mAh beim 10s. Ein bisschen kleiner der Akku geworden als beim 10er. Und dann 3.174 mAh beim Max. Ich weiß nicht, ob wir bei Apple schon mal einen Akku in einem iPhone hatten, der größer als 3.000 mAh war. Ich glaube nicht. So, und jetzt kommen wir zur Akkulaufzeit. Und das ist immer so eine Sache, sehr persönlich, wie ihr die Geräte nutzt. So, und da finde ich oder da ist es bei mir, ich habe ja schon den 10s-Test rausgehauen, dass ich sage im Vergleich zum 10er, diese halbe Stunde bekomme ich nicht wirklich raus. Ich bekomme so 10 bis 15 Minuten mehr. Und das Gleiche, ich bekomme auch nicht vom 10 zum 10s Max irgendwie, vom 10s Max, vom 10s zum 10s Max wieder. Also irgendwie sollte ja eine halbe Stunde nochmal mehr sein. Ich bin wieder so bei 10 bis 15 Minuten mehr beim Max. Das heißt jetzt aber nicht, dass das schlecht ist, sondern ich persönlich kriege halt nicht so einen Unterschied, wie zum Beispiel früher, als man von einem normalen iPhone auf das iPhone Plus gewechselt ist. Das war ein deutlich mehr messbarer Unterschied in der Akkulaufzeit. Das merke ich hierbei nicht. Jedoch ist es bei mir auch so, dass ich aus dem 10er-Esser und auch bei dem 10er ja schon eine wirklich hervorragende Laufzeit rausbekommen habe, die eigentlich eindeutig beim Plus anzusiedeln ist. So, deswegen finde ich es gar nicht so krass. Ich habe von anderen gehört, dass die deutlich mehr Unterschied rausmerken. Ist aber auch immer so eine Sache, wie man die Geräte nutzt. So, also das ist halt auch immer so eine Sache, Displayhelligkeit und vor allem wird das Display genutzt oder nicht. Je weniger ich das Display nutze oder je weniger hell ich das beim Max habe, desto größer wird meiner Meinung nach der Unterschied. Also bei beiden Displays dann gleich eingestellt oder gleich deaktiviert. Da zieht das Max nochmal deutlich mehr Vorsprung raus aus seinem Akku. So, aber dieser große Sprung, den kriege ich nicht raus. Das will ich damit sagen, aber ich hatte auch vorher keine Akkulaufprobleme, weil es auch vorher, das sage ich jetzt zum zehnten Mal, Entschuldigung dafür, aber für mich war auch schon das 10er und genau wie das 10s schon eher beim Plus dran als beim normalen. So, und dann noch sowas zu den Telefonqualitäten. Nein, Lautsprecher, minimaler Unterschied. Und zwar, das Kleine ist kompakter, vibriert bei voller Lautstärke ein bisschen mehr als das Große. Das Größere ist ein bisschen vibrationsärmer. Und merke ich jetzt irgendeinen Klangunterschied? Ich habe es mir 20, 100, 1000-fach mal angehört. So richtig merke ich es nicht und das sagt eigentlich schon, dass da eigentlich nichts sein sollte. Ich bilde mir aber immer wieder ein, dass das Max nochmal ein bisschen voluminöser, ein bisschen voller klingt, was vielleicht dann einfach von der Bauform ist, weil es mehr Platz ist, weil der Schall sich mehr entfalten kann oder irgend sowas. So, und ansonsten, Kameras, sucht euch irgendwas aus, sonst kein Unterschied. Und jetzt sind wir an dem Punkt, lohnt sich 100 Euro Aufpreis vom normalen zum Max? Diese 100 Euro Aufpreis haben wir in jeder Speicherkonfiguration. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, nehmen wir die Standard, die Preise raus. Also das, aber als Aufpreis, 100 Euro mehr, geht meiner Meinung nach in Ordnung. Ja, ich habe das größere Display und ich muss sagen, seitdem es das Max gibt, ich hatte kein Verlangen mehr, zum normalen iPad zu greifen. Gut, das liegt ja auch daran, das ist was Neues. Ich spiele damit sehr rum, aber seitdem habe ich echt nicht mehr das Verlangen gehabt zum iPad. Das war ungefähr so, als damals die Plusse eingeführt wurden. Seitdem habe ich auch gar nicht mehr das iPad Mini angepasst, also angefasst. Und so ein ähnliches Gefühl habe ich hier jetzt wieder. So, auf jeden Fall die 100 Euro Aufpreis. Ich habe das deutlich größere Gerät, was aber nicht mehr so komfortabel zu bedienen ist. Natürlich habe ich auch hier wieder den Einhandmodus, was vieles vereinfacht, habe ich aber da genauso. Ich habe aber nicht irgendwie noch einen Auflösungsvorteil mit mehr Apps, dass ich mehr Menüs habe, dass ich einen Horizontalmodus überall habe oder sowas. Nein, könnte vielleicht noch kommen, glaube ich persönlich aber nicht dran. Und ich habe hier nochmal ein leichtes Plus bei der Akkulaufzeit. So, das dazu. Und ich habe natürlich ein deutlich größeres Gerät und ich muss nicht die Farbe Gold nehmen, damit die Leute erkennen können, dass ich ein neues Gerät habe und nicht den Vorgänger. Ich weiß, ja, aber sowas höre ich auch immer wieder. So, das soll es jetzt aber gewesen sein. Eine runde Vergleich. 10S, 10S Max. Das soll es gewesen sein. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.